Im nächsten Tutorial geht es um Privatentnahmen und Privateinlagen. Vorrangig werde ich mich hier auf die Privatentnahmen konzentrieren, steuerrechtliche Regelungen und dann zum Schluss Buchungsbeispiele hierzu. Ja, gucken wir einmal kurz ins Gesetz rein und da heißt es dann in § 4 Absatz 1 Satz 1 des Einkommenssteuergesetzes zum allgemeinen Gewinnbegriff. Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Betriebsvermögen am Ende und am Anfang eines Wirtschaftsjahres, vermehrt um etwaige Entnahmen und Einlagen. Ja, da komme ich gleich noch mal kurz drauf auf diesen Satz. Dann Entnahmen sind alle Wirtschaftsgüter, Baentnahmen waren Erzeugnisse, Nutzung und Leistung, die der Steuerpflichtige den Betrieb für sich, für seinen Haushalt oder für andere betriebsfremde Zwecke im Laufe eines Wirtschaftsjahres entnommen hat. Naja, also Entnahmen sind alle Wirtschaftsgüter. Der Begriff Wirtschaftsgut ist hier natürlich ja nicht so zu verwenden, wie man üblicherweise in der VWL kennt als Güter. Also Wirtschaftsgüter sind Baentnahmen. Das ist natürlich ein bisschen problematisch. Also da ist der Gesetzgeber wieder etwas lax gewesen in seiner Formulierung. Denn hier wird natürlich Geld einfach entnommen. Und wenn man das so aufzählt, dann müsste es heißen Geld, Waren, Erzeugnisse. Also Wirtschaftsgüter, da werden also auch Geldbeträge hier als Wirtschaftsgüter bezeichnet. Das hat der Gesetzgeber. Begriff Wirtschaftsgüter, der ist in den Steuergesetzen nirgends definiert, hat aber durch die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs entsprechende Konturen erlangt. Das kann man dann sicher nochmal genauer angucken, wen das interessiert. Also gehen wir zunächst nochmal rein in den ersten Teil des Satzes. Das nochmal zur Erinnerung. Die Gewinnermittlung nach § C Absatz 1 des Einkommenssteuergesetzes Betriebsvermögensvergleich. Das hatte ich ja schon mehrfach mal in anderen Tutorials gezeigt. Also das Anfangseigenkapital und Endeigenkapital oder das Betriebsvermögen zum Ende des letzten Jahres und zum Ende dieses Jahres. Das wird verglichen. Die Differenz daraus muss um Privatentnahmen und Einlagen bereinigt werden und dann kommen wir zum Gewinn oder möglicherweise Verlust. Und das ist natürlich identisch mit dem Gewinn, der auch im Rahmen der Gewinn- und Verlustrechnung ermittelt wird. Denn der Gewinn wird ja in das Endeigenkapital überführt. Ja, das nochmal zur Erinnerung. So, dann gucken wir uns mal an, was wir da also jetzt haben. Einerseits die Geldentnahme und dann zum anderen die Sachentnahme. Das sind die beiden Möglichkeiten, die in Betracht kommen als Privatentnahme bei Nichtkapitalgesellschaften. Und dann will ich hier nochmal kurz auf die rechtlichen Regelungen abstellen, welcher Wertansatz gilt hier. Also grundsätzlich natürlich Anschaffungskosten oder Herstellungskosten und gegebenenfalls ein geringerer Teilwert. Also ich entnehme jetzt hier in meinem Beispiel, was ich gleich buchen werde, Anschaffungskosten oder Einstandspreis 100 Euro waren in dieser Höhe für private Zwecke. Und bei der Geldentnahme, die hier ist für den rechtlichen Regelungen unproblematisch ist, da wird also 100 Euro aus der Kasse oder aus der Bank für private Zwecke entnommen. Also buchen wir das. Zunächst nochmal die Geldentnahme und da wäre die Buchung privat an Kasse oder Bank. Ja, ich entnehme von der Bank, also wird natürlich die Bank als Aktivkonto rechts abnehmen, privat an Bank 100. Das ist schon alles und dann kommen wir zur Sachentnahme und dort brauchen wir drei Konten, nämlich Privat, Eigenverbrauch und Mehrwertsteuer. Das heißt also alle Privatentnahmen von Sachen sind natürlich am Ende mehrwertsteuerpflichtig, umsatzsteuerpflichtig, denn dort ist natürlich der entnehmende, Endverbraucher und insoweit ist er natürlich hier nach Umsatzsteuergesetz eben auch umsatzsteuerpflichtig. Nun haben wir hier also Waren von 100 Euro netto, Umsatzsteuersatz 19% entnommen und nun, das hieß das früher Eigenverbrauch, heute heißt das im SKR 03 Entnahme durch den Unternehmer für Zwecke außerhalb des Unternehmens, in Klammer Waren, 19% Umsatzsteuersatz, Konto 8.910. Also ich habe es mal einvereinfachen mit Eigenverbrauch belassen. Es ist in jedem Fall, wie man hier unten sieht, ein Erlöskonto, ein Konto mit Erlöskarakter, ich verkaufe an mich selber. Bogensatz, der wäre jetzt hier, Privatkonto wird brutto belastet, also die 100 plus 19, Eigenverbrauch als Umsatzerlöskonto, als Konto mit Erlöskarakter, 100 netto und die Mehrwertsteuer, die ist ans Finanzamt abzuführen, ist 19 Euro. Ja, das BMF hat mit Schreiben vom 14. Dezember 2012 Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben, Sachentnahmen für 2013 veröffentlicht. Wer sich das mal angucken möchte, für bestimmte Bereiche gelten da bestimmte Pauschbeträge, also gerade Gastronomiebereich und irgendwelchen Lebensmittelläden da nicht, da können eben Pauschbeträge pro Jahr angesetzt werden. Ja, vielleicht zur Erinnerung nochmal, das Privatkonto wird natürlich am Ende über das Eigenkapitalkonto abgeschlossen, das ist ein Unterkonto und wenn wir das jetzt am Ende des Jahres machen, dann wird eben gebucht, Eigenkapitalkonto an Privat 100 und dann sehen wir also, das Eigenkapitalkonto wird eben um diese 100 gemindert bei der Geldentnahme und das ist natürlich bei der Sachentnahme nicht anders. Ja, ganz zum Schluss nochmal kurz zu dem Begriff der Privateinlage. Also die Buchung der Privateinlage läuft natürlich völlig analog. Jetzt sind einfach die Seiten vertauscht. Ich lege also 100 in die Kasse oder Bank ein und damit natürlich das Privatkonto wird auf der rechten Seite gebucht im Haben mit der Auswirkung, dass natürlich durch diese Privateinlage das Eigenkapital steigen würde. Und bei der Sachanlage, bei Nichtkapitalgesellschaften ist die Sache nun deutlich komplexer und das will ich hier auch nicht im Einzelnen darlegen. Das ist also rechtlich äußerst problematisch. Steuerrechtlich zumindest kann es sein und betrifft also insbesondere die Wertansätze, die hier zugrunde zu legen sind und da verweise ich dann auf diesen Link hier unten, der sich da schlau machen möchte. Okay, dann kann ich an dieser Stelle das Thema abschließen.